Warum Gesundheitspolitik die Gesundheit gefährdet? Wie Politik die Gesundheit gefährdet? Und dass es ohne Politik viel besser geht, anhand eines Beispiels in diesem Video. Bei den nächsten Wahlen wird abgerechnet. Wir versprechen eine völlig neue Gesundheitspolitik. Wir werden alle retten. Blablabla. Immer derselbe Dreck, immer derselbe Rotz. Rund um den Bereich der Wahlen und so auch die ganze Zeit, wird dieses Gesundheitssystem ganz gern instrumentalisiert, weil Menschen dort Emotionen bekommen. Diese Emotionalisierung von Inholzlosigkeit ist ja das Handwerk der korrupten, skrupellosen Politikmarionetten. Aller Farben. Im Bereich der Gesundheit ist ja Politik so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und es gibt nichts, was die Gesundheit mehr gefährdet als Politik. Als bekennender Verfechter der anarchischen Gedankenwelt geht es immer darum, so die Herrschaft abzulegen und Menschen wollen wir dann erklären, dass wir ohne die ganzen Dreckspolitik, ohne dieses parasitäre Gesindel, wir anscheinend keine Gesundheitsversorgung hätten. Muss man natürlich dann immer einer genauer erklären, was relativ schwierig ist. Anhand des Beispiels meines Projekthandbuchs, da eingeblendet, kann man jetzt ein bisschen verstehen, wie dieses System in sich funktioniert, wie einfach das ist und wie kompliziert das gemacht wird. Das habe ich im Rahmen meines Care-Management-Studiums erstellt und da ist es darum gegangen, Entscheidungsgrundlage für die Implementierung von Entlassungsmanagement im allgemeinen öffentlichen Krankenhaus, Damsweg. Entscheidungsgrundlage einfach nur, dass einmal entschieden wird, sonst noch nichts. Nur um zu verstehen, wie dieses Prinzip funktioniert. Da ist dann Inhaltsverteilung, das habe ich alles selber gemacht, im Rahmen dieser Ausbildung. Ausgangssituation, Zunahme multiprobilen Patienten, Pflegebedarf allgemein im öffentlichen Krankenhausdamsweg, fordert ein gezieltes Entlassungsmanagement. Als Grundlage sind Ziele zu formulieren, um für den stationären Aufenthalt die Entlassung zeitgerecht zu planen. Bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme muss ein Entleistungszeitpunkt geplant werden. Ausgangssituation. Da viele dieser Patienten an chronischen Erkrankungen leiden, muss im Rahmen des stationären Aufenthaltes die Entlassung in die häusliche Pflege bzw. extramuralen Bereich, das ist so andere, so Altersheim und so Sachen, extramural, systematisch geklärt und durchgeführt werden. Als Voraussetzung sind die beteiligten Partner für diesen Prozess zu erheben und einzubinden. Das ist jetzt so die Ausgangssituation, um solche Dinge zu lösen, ohne dass man da jetzt eine Partei braucht. Weil da ist jetzt noch nichts, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt irgendeine Parteipirche und irgendeinen Dreckspolitiker, Kanzler, tralala. Nein, ich habe einfach ein Problem und das Problem muss man lösen. Als Gemeinschaft, die miteinander verbunden ist und nicht durch Dreckspolitiker voneinander abhängig ist und diese Psychopathen an den Schalthebeln sitzen. Gült natürlich immer die Unschuldsvotung. Alles sensationell. Wir müssen nur härter wählen. Da gibt es dann Kernaufgaben des Entlassungsmanagements nach dem Peak-Standard. Das ist alles real. Das ist aus dem 13. Jahr. Also elf Jahre ist das alt. Beratung, Information, bla bla bla. Okay. Organisation. Dann geht es auch darum, Verankerung des Entlassungsmanagements in der Organisation. Das heißt nicht so einfach nur so ein kurzes Ferienprojekt wie von einer Krankenpflegeschule, sondern wirklich in dieser betriebswirtschaftlichen Struktur, was ein Krankenhaus ist. Das wollen die Leute aber nicht kapieren. Das ist eine Firma, die vollkommen an staatlicher Förderung hängt. Das so zu gestalten, dass es nicht zu sehr schädigend ist, so wie es halt jetzt meistens so ist. Und halt auch nicht so teuer ist. Weil es wird jetzt ja teurer und es wird jetzt ja schlechter. Finde den Fehler. Einbindung, bla bla. Okay. So. Da geht es jetzt schon mal darum, dass das einmal ganz klar strukturiert ist. Werfe ich was zuständig ist? Nicht so wie in der Politik. Ja, ich bin nicht zuständig. Ich distanziere mich und ich bin keine Ahnung. Ganz klar Projektfunktion. Name, bla bla, Aufgabenbereich. Projektleiter. In dem Übungsszenario bin ich das. Dann habe ich Projektteam, Durchführung Projektes, Projektmitarbeiter. Dann baut man da so eine grafische Grafik, so einen Regelkreis. Da sind Telefonnummern zur Klöstung genommen. Auch wer für was zuständig ist. Dass ich weiß, wer wo ist. Und nicht ich 300 Callcenter brauche, wo der Franz zum Hans, zum Sepp mich in nirgendwo hin verbindet. Immer wieder das selbe System. Immer noch keine Politik notwendig bis jetzt. Nicht sagen, wer soll das zahlen, weil Leute Geld stellen. Weil das ist ja das Grundprinzip von Politikern als Parasiten, Menschen Geld zu rauben und das dann nach ehren Empfinden zu verteilen. Nicht nach diesen Kriterien. Fix nicht. Sonst würde es nicht so zugehen. Das ist alles nur fiktiv. In dem Krankenhaus ist alles voll super. Projektteam. So, da geht es einmal darum, eine Umfeldanalyse zu machen. Dann zum Beispiel schaut man seine ganzen Netzwerkpartner an. Dann schaut man zum Beispiel, was für Potenziale und Konflikte da sind in dem Bereich. Man muss sich damit beschäftigen, wenn bei so einer großen Änderung von einem System dieses systemische Verändern auftaucht, dass die nicht besonders begeistert sind, irgendwas anders zu machen. Denn grundsätzlich ist bei uns das immer schon so gewesen. Das ist mein Job und wir haben das immer schon so gemacht. Ganz klar, wenn dann ein Problem auftaucht oder ein Problem angesprochen wird, was zu erwarten ist in so einem Projekt, dann ist das, bei uns ist das nie so gewesen und das ist nur bei den anderen. Das sind so diese grundlegenden Haltungen Menschen in Change-Prozessen, wie man das halt nennt. Das nennt man Change-Management. Lernt man alles an Universitäten, Fachhochschulen, nicht aber in diesen Indoktrinationsanstalten. Dann hat man da, was fürche Leute da dabei sind, bla bla. Dann ist da diese Risikoanalyse. Das ist dann so eine nette Grafik. Das bastelt man. Ich habe alles ich selber gemacht. Und ich habe da so Rufzeichen. Primarius Doktor Geheim. Die Pflegeberatung hat da ein rotes Hackerl, die Akutgerätrie und die interne Abteilung. Alle anderen haben in dieser Umfeldanalyse, Grafik mehr oder weniger den Check geschafft. Wenn man jetzt schaut, wer der Primar Doktor Geheim ist. Der Primar Doktor Geheim ist klassisch so. Machtverlust und wenig Interesse an der Änderung der derzeitigen Situation. Weil er ist Primar. Okay? Das ist Gott schuf Mensch und Tier. Doch den Primatenaffen hat der Mensch sich selbst geschaffen. Das ist so Arzt und der liebe Gott. Und der liebe Gott weiß halt, dass er kein Arzt ist, aber umgekehrt ein bisschen schwierig. Ganz, ganz schwierig in diesem Prozess. Da ist dann auch die interne Abteilung in diesem Ding drinnen. Da, Akutgerätrie. Auf jeden Fall Probleme. Vor- und Nachprojektphase. Nachprojektphase. Im Rahmen des Projektes werden die angeführten Punkte ausgearbeitet. Ganz klarer Auftrag. Nicht so wie in der Politik. Jetzt fange ich da an, dann wird das nichts, dann gehe ich da weiter. Und irgendwann habe ich 100.000 NGOs und 100.000 NPO und voll den Zirkus und alles ist unübersichtlich. Denn es gibt nie Struktur. Das ist mit Politik. Ohne Struktur, das ist dann so logisch. So könnte man sich das auch ohne Probleme leisten. Viel weniger Platz für Korruption und solche Dinge. Aber, das darf man nicht sagen. Ist Status, Bestimmung, Analyse, Bewertung, Ist-Situation, Projekthandbuch. Passt. Das ist das, was Sie kriegen. Da gibt es dann ganz klare Daten. Nicht so die nächsten 14 Tage sind entscheidend. Und solche Dinge, was halt diese ganzen Vollpfosten da im Fernsehen runterlabern. Ausgangssituation. Die Leute sind es lang da. Hohe Kosten, Entlassung, Plast. Angestrebter Nutzen. Durch die Koordination, bla bla bla. Ja, okay, Projektziele, Unterziele. Projekt, Nichtziele. Na ja, ist auch immer wieder das, wo dann die Politiker, die das schwach kämpft, dann angreifbar werden, weil sie zu deppert sind. Weil sie ein Nichtziel nicht formuliert haben. Sondern dann sagt er, ja, der hat das nicht gemacht. Das ist nur Kindergarten. So brauchst du das nicht. So kannst du wie erwachsene Leute miteinander konstruktiv arbeiten. Projektauftrag, die müssen das unterschreiben. Projektdiagramm. Jeder Auftrag ist da bis ins letzte Detail. Vollkommen durchgeplant. Mit Kalenderwoche, da halt noch mit Fragezeichen. Hängt vom Startpunkt ab. Durchführung, Abschluss. Weißt du, kann keiner sagen, ich weiß nicht, wer das macht. Kann keiner sagen, im Ministerium, ich schlafe den ganzen Tag, weil ich pragmatisiert bin. Nein. Da wird gekackelt. Da wird gearbeitet. So könnte heute eine Gesellschaft konstruktiv miteinander leben, miteinander arbeiten und dementsprechend auch ohne diese kranken Psychopathen bestehen. Wie wir sehen, das Gesundheitsrisiko Medizin allgegenwärtig. Durch diese komische Psychopathie der Politik, der Forderung nach Politik von Menschen, die keine Ahnung von irgendwas haben, einen riesigen Apparat zu betreiben, der keine Leistung bringt, ist ganz klar, als Geisteskrankheit einzustufen, bei sich selbst ganz logisch zu hinterfragen und im Gespräch mit Professionisten und in Bezug auf die nächste Wahl kann man vielleicht überlegen, ob Politiker wirklich die Lösung sind für Gesundheit oder ob man lieber selber alles in die Hand nimmt. Kanal abonnieren, Glocken einschalten, alles Gute für euch.